Hey Leute, heute möchte ich euch ganz gerne unseren neuen Pinterest-Account vorstellen. Wir heißen dort playmobil-familiehund. Was könnt ihr dort alles finden? Ich habe erstmal zwei Pinnwände erstellt, wo ihr Zimmer für euer Playmobilhaus finden könnt. Einmal nur für Kinderzimmer und dann habe ich noch eine zweite erstellt für allgemein Zimmer für euer Playmobilhaus. Wenn ihr zum Beispiel dann auf die Bilder klickt, könnt ihr dann unten einfach auf Besuchen klicken und dann öffnet sich der Link zu dem Video mit den Bastelanleitungen dazu. Außerdem habe ich für euch dann sonst noch ein bisschen rumgeschaut und verschiedene Pinnwände erstellt mit Postern für zum Beispiel Kinderzimmer. Und dann habe ich noch Pinnwände erstellt mit Prints, die könnt ihr einfach ausdrucken und dann zusammenbasteln. Zum Beispiel mit verschiedenen Zubehör wie Drogerieprodukten. Dann alles rund ums Essen, verschiedene Cornflakes-Verpackungen und dann natürlich noch Spielsachen. Wenn euch der Account gefällt, folgt uns dort doch sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!